was geht ab kurzes video ich habe hier gerade direkt ausprobiert und keine ahnung ich glaube vielleicht stehe ich den gleich keine ahnung auf jeden fall kann ich jetzt mal filmen und zwar ist das so ein 50 50 to frontside board slide zu einem eck ding ja ich stehe jetzt einfach mal hier hin und guck mal was passiert let's go plan ah so ja 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 Ich bin hier die ganze Zeit am Waxen und versuche, dass das Ding irgendwie anfängt zu rutschen. Das ist echt schwierig am Anfang, weil ich habe hier irgendwelche Cracks drin, wo mich da immer so ein bisschen dran hindern und wenn man dann irgendwie ein bisschen falsch mit den Achsen einloggt, dann verhakt sich das gleich in den Cracks drin und dann kann man gar nicht mehr weiterfahren und ja, ich habe das hier immer wieder versucht, ein bisschen auch die Angles geswitcht, ein bisschen, ich weiß es ein bisschen interessanter ist. Ich musste so oft irgendwas hier abschleifen mit meinen Achsen, das war schon ein kleiner Prozess. Ich habe nicht gedacht, dass das doch so ein bisschen zäh wird. Aber ja, da habe ich es mal richtig schön an den Fuß bekommen. Hunden ans Schienbein, hier wieder 50-50. Ich komme einfach nicht so richtig in den Fronthead Boardslide. Hier ist noch ein Kollege kurz vorbeigekommen, ist ein One-Wheeler, hat sich fast auf die Fresse gelegt und wieder abgelöst. Und dann probiere ich es hier weiter, 50-50. Ich bin auch immer wieder so nach hinten gelehnt, ich komme gar nicht so richtig in die Fronthead Boardslide-Ding rein. So, das hat mir nicht nur aufgefallen, dann habe ich das gleich korrigiert und auch gemerkt, dass ich einfach, ich muss erstmal bei 50-50-Safe reinkommen, gut einloggen, dass ich mit beiden Achsen hinten drin, schön hinten drin stehe, so wie hier, und dann kann ich so von hinten mich da so ein bisschen wegdrücken. Dann haben wir das versucht, philosophiert über den Trick und immer ausprobiert. Ich habe da jetzt nicht alles reingeschnitten, das ging echt ein bisschen länger. Aber ja, mit der Zeit habe ich ihn dann schon ein bisschen verstanden, habe das immer versucht, mir ein bisschen visuell vorzustellen, was ich da mache. Da war er schon fast. Da hat es dann jetzt auch angefangen, zu rutschen, zu grinden und hier nochmal am Safety einwachsen. Man kann hier genug Wachs drauf machen, finde ich. Also gerade besser Street-Safe, das ist lieber ein bisschen mehr Wachs besser. Also lieber rutsche ich weg oder anstatt ich bleibe hängen und falle irgendwie in die Körbe rein. Hier habe ich so eine Kaum bei 50 Grindout gemacht. Dann haben wir noch drei Versuchs. Es wird einfach nicht, es klappt nicht. Bin ein bisschen frustriert. Dann habe ich mir erst mal realisiert, dass ich es mit Frogboard an dem Ding so probieren sollte, dass das überhaupt, ob das überhaupt funktioniert. Ja, es hat dann schon funktioniert. Noch ein paar Versuchen. Aber immer wieder weiter probiert. Und dann kam ich hier so ganz langsam ran an das Teil. Ja, hier sieht man es. Eigentlich kam ich jetzt gut drauf, aber das Ding ist halt echt, keine Ahnung was das für ein Stein ist. Super hart. Ultra viel Wachs drauf gemacht. Trotzdem irgendwie so richtig stecken geblieben. Aber es hat trotzdem am Ende, werdet ihr gleich sehen, kommen wir hier, bin ich schon wieder angeblieben. Junge, mach das jetzt. Immer wieder. Ich habe mich jetzt da immer wieder nach oben drauf betrieben. Ich konnte mich irgendwie auch nicht so dann in dem richtigen Moment da auf den Front drauf schießen. Da hat es dann mal funktioniert. Dann habe ich noch ein bisschen Wachs drauf geklatscht. Noch mal versucht. Und ich hoffe. Kurzer Trayflip zwischendurch. Und dann hat es dann einmal gerutscht. Und dann habe ich gedacht, es funktioniert. Also das ist möglich. Da kann ich dann wieder drauf. Da bin ich dann ein bisschen zu weit nach oben verlagert. Dann hat es nicht so richtig gerutscht. Ich muss mir so Gewicht beim Kontakt vom Board und von dem Stein, muss ich mir das Gewicht ein bisschen runter nehmen, dass es besser durchrutscht. Und dann hat es dann funktioniert. Slow. Ja man, richtig cool. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Was auf jeden Fall wert. Jo, danke fürs Zuschauen. Hau rein. Like. Abonnier. Subscribe. Kommentier. Schreib mir. Was du von dem hältst. Soll ich öfter solche Sachen machen. Bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao.